So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und letztens in dem Stream haben wir uns glaube ich mal die Amazon Wunschliste vom Natururin angeguckt. Amazon, 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 Amazon. Wir haben uns auf jeden Fall die Amazon Liste angeguckt vom Natururin, ja. Was der auf seinem Wunschzettel draufstehen hat, wer das nicht wusste, das haben mir auch schon einige empfohlen. Und Ramses, mach doch mal so eine Wunschliste bei Amazon, also bei Amazon. Also mach mal so eine Wunschliste, dann könnten wir, wenn wir was bestellen und wir sehen auf deiner Wunschliste, da können wir was mitbestellen und so kann man dich doch auch unterstützen. Du musst nicht immer dort einkaufen, wir können das auch für dich machen. Jetzt hatten wir mal geguckt, was hat Natururin überhaupt auf seiner Wunschliste stehen. Es ist ein bisschen was dazugekommen, muss man sagen. Hier steht ja auch immer dabei, Artikel hinzugefügt. Ihr könnt hier immer den Artikel hinknallen. Hier kann man draufdrücken, dass man direkt das bestellen kann für denjenigen, wenn man demjenigen eine Freude machen will oder sonst was. Hier ist immer noch ein Text dabei. Personalisiert, wie dringend es ist, dass derjenige das braucht und warum überhaupt. Er hat jetzt hier natürlich eine neue Kamera und weil er eine neue Kamera hat, hat er auch viele Kamera-Equipment-Sachen da reingeknallt. Hier ist ein Stativ, hier ist noch eine neue Powerbank dabei. Das ist leider alles nicht verfügbar. Wenn es verfügbar ist, ist es nämlich hier in den Einkaufswagen. Das ist gelb. Hier habt ihr noch Gewindeschrauben, sonst was. Akku, Küchenmesser, das fand man ja besonders geil. So für 73 Euro halt einfach mal so ein heftiges Hackebeil. Kochmesser, Küchenmesser, Ajax, ne. Ein richtiges Kochmesser kann in der Küche nicht schaden. Fanden wir auf jeden Fall sehr interessant, dass er da in den Wald hier ein bisschen Fitness noch dabei, Speicherkarten. Rucksack für 415 Euro, warum nicht? Kann man ja mal fix bestellen. Ist auf jeden Fall, da sind heftige Dinge dabei. Hier so ein Regen-Poncho, nochmal irgendwie eine interne SSD-Karte, Samsung-mäßig. Also war auf jeden Fall eine sehr brachiale Liste, sagen wir mal, mit heftigen Dingen. Aber alles, was irgendwie sinnvoll erscheint, weil Naturin ja viel unterwegs ist, viel wandert. Und ja, auch sein Content und seine Qualität immer weiter verbessern möchte. Und deswegen immer weiter investiert und macht und zusätzlich. Jetzt habe ich gedacht, der Ramses macht sich auch mal eine Amazon-Wunschliste. Wunschliste, eine Amazon-Wunschliste, eine Amazon-Wunschliste. Und das ist mir geglückt. Guck, da ist meine Wunschliste. Die ist ab jetzt unten verlinkt. Unter jedem Video. Also ich habe die Beschreibung geändert, sodass jedes Video, was jetzt neu hochlädt, dann immer die Amazon-Wunschliste auch mit drin hat. Bei älteren Videos steht die nicht dabei. Bei den Streams ist die gerade auch nicht dabei. Außer ich tausche nachträglich schnell immer alles aus. Muss ich mal gucken. Ich hatte aber echt keinen Plan, was ich da draufsetzen soll. Und deswegen sieht das nicht so heftig und brachial aus wie bei Natururin, sondern irgendwie ein bisschen einseitig und komisch. Ich habe aber trotzdem, als erstes habe ich mir zum Beispiel diese Samyang-Too-Spicy-Nudeln draufgesetzt. Die, die den meisten Leuten immer zu scharf sind. Wo ich aber sage, die sind einfach mega köstlich. Die habe ich damals am 9. Oktober 2020 schon draufgesetzt. Ich liebe diese Nudeln. Wie sehr gewünscht muss ich haben. Benötigt 10.000. Und ich habe 0, steht da. Das ist, da kannst du Mengen angeben, wie viel, dass nicht einer was bestellt, was ein anderer schon bestellt hat. Wenn jetzt so ein 500 Euro Rucksack und zwei Leute bestellen die den und du hast den zweimal, ist ja auch doof. Jetzt habe ich diese Samyang-Nudeln da draufgepackt, weil die sind wirklich verdammt lecker. Wer die nicht kennt, probiert die mal aus. Wenn ihr gerne scharf esst, probiert die mal aus. Und habe gesehen, es gibt ja noch verschiedene Sorten dann von Samyang. Hier habe ich noch irgendwas gefunden mit Samyang Hot Chicken, Bulldog Light, Korean Fire Nudels. Auch so ein 5er Pack. Hier sind irgendwelche Samyang Feuer Hot Curry, Huhn, Nudeln. Hier ist irgendwas Ramen Spicy, Yee-Yang Samyang Pack, Kore. Hier habt ihr irgendwas mit Hot Chicken, Bulldog, Ramen Nudel, Cheese Flavor. Hier haben wir Carbonara. Hier haben wir Very Spicy Gourmet. Also das ist jetzt nur Nudeln da. Aber es ist auf jeden Fall alles verfügbar, so wie es ausschaut. Ja, alles ist verfügbar, was da steht. Ich habe nur Nudeln draufgepackt. Dann dachte ich, was brauche ich noch? Ich brauche immer Pfefferon. Gerade so ein leckeres Wurstbrötchen, Brötchen mit Frühstücksfleisch, Pfefferon dazu, ein ganzes Gläschen. Muss sein. Habe ich leider im Prinzip nur von Dittmann gefunden. Meistens in diesen Beutelchen, die gibt es auch im Rewe. Habe ich mal aufgeschrieben hier. Ein 5er Pack milde Pfefferon, ein 5er Pack scharfe Pfefferon. Dann ein... Ein 1er Pack scharfe, ein 1er Pack milde. Ey, wenn ich den Preis schon wieder sehe. Ich sage es jedes Mal. Wenn ich irgendwo Pfefferon sehe, die gibt es im Gläschen meistens oder halt in solchen Packs. Du bist 1,19, 1,39, 1,59, hier sogar bis 1,79 für eine Packung Pfefferon. Und im Kaufland, die Gläschen, da ist genau dieselbe Menge drin. Für 89 Cent. Deswegen immer, wenn ich ins Kaufland gehe, nehme ich so einen ganzen Karton mit. Gut, das klingt jetzt schon, ich rate euch jetzt schon davon ab, Pfefferon zu kaufen, falls jemand auf die Idee kommt. Ich schicke dem Ramses mal so ein Päckchen Pfefferon. Aber wenn ihr mir mal... Ihr könnt euch da ja inspirieren lassen. Wenn... Ihr seht, was es ja so gibt. Das heißt, wenn mal wieder jemand auf die Idee kommt, mir ein Fan-Paket zu schicken. Und er hat bei sich im örtlichen Laden Pfefferon stehen. Dann kann er ruhig mal ein paar Pfefferon da reinpacken. Nicht immer Schokolade und so. Bin dick genug. Ich will lieber was Herzhaftes, was Scharfes. Nicht so viel Süßes. Deswegen... Bierchen gehen immer. Getränke gehen sowieso immer. Egal was. Viele Sachen zum Testen. Pfefferon richtig gut. Oder wenn ihr bei euch um die Ecke einen China-Mann habt, der irgendwelche Packs Nudeln hat, die übelst nice sind. Das wäre auch was für so ein Fan-Paket. Ihr müsst das ja noch nicht mal hier in dieser Wunschliste bestellen. Ihr könnt euch davon aber inspirieren lassen, was man in ein Fan-Paket packen kann. Also diese ganzen Dinger-Nudeln habe ich mal aufgeschrieben. Ich habe hier die Pfefferon aufgeschrieben. Die gibt es dann auch im Glas. Pfefferon für 1,85. Oh mein Gott. Und hier vor allem diese Jalapenos auch von Dittmann. Das ist hier ein 6er-Pak. Die Jalapenos sind halt nochmal eine ganz andere Stufe als die normalen Pfefferon. Deswegen schmecken. Hauen rein. Sind natürlich noch schärfer. Habe ich hier mal mit draufgepackt. Gibt es natürlich in jedem Supermarkt an der Ecke. Wer das sieht, reinpackt. Bam. Ich bin euch übelst dankbar auf jeden Fall. Dann haben wir hier Snack-Insekts. Wir haben letztens ein Video gemacht. Hannes und Isch haben die Snack-Insekts probiert. Die Kanal Phänomenal auch hatte. Die kamen so am Pullen. Und er fand die richtig reudig. Also der Kanal Phänomenal. Das sind ja Mehlwürmer drin. Grillen. Buffalo-Würmer. Heuschrecken. Essbare Insekten zum Kochen und Essen. Wir haben das aufgeteilt. Eine Ampulle auf. Die Hälfte Hannes. Die Hälfte ich. Haben das so weggegessen. Mit dem Löffel. Haben gedacht. Ja, die sind schön knusprig. Schön Proteine. Eiweiße. Alles hin und her. Ich habe mir gedacht. Wenn jemand noch mal auf die Idee kommt. Mir so einen Teil zu ordern. So eine ganze Packung. Kostet halt 19,95. Deswegen ist das ein bisschen reudig. Wenn aber wirklich jemand sich die Mühe macht. Und mir so ein Teil noch mal zukommen lässt. Würde ich glaube ich ein Video machen. Wie ich mir eine Schüssel nehme. Und alles zusammen reinpacke. Und alles mit einmal esse. So als Challenge irgendwie. Die kompletten Grillen. Die kompletten Mehlwürmer. Buffalo-Würmer. Heuschrecken. Damals haben wir das aufgeteilt. Die Würmer aufgeteilt. Die Schrecken aufgeteilt. Es war ein klein. Und jetzt habe ich das Doppelte. Und dann gleich vier Sachen auf einmal. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Das wäre auf jeden Fall was ganz anderes. Was auch immer richtig nice ist. Sind diese Flying Goose Soßen. Chili Soßen. Habe ich nämlich. Gibt es hier diese. Diese scharfe. Mit dem grünen Deckel. Es gibt die sehr scharfe. Mit dem roten Deckel. Und auf einmal sehe ich hier eine. Black Out. Keine Ahnung was das ist. Auf jeden Fall. Black Out von Flying Goose. Und die sieht brutal aus. Die habe ich noch nie im Handel gesehen. Gibt es vielleicht nur im Internet. Weiß ich nicht. Habe ich da auch mal mit reingepackt. Dann. Ganz episch. Es gibt Leute die schicken mir immer. Die schicken mir entweder Google Play Cards. Und sagen. Hier Ramses. Danke für alles. Und hin und her. Hier ein bisschen Guthaben für Pokémon. Dass du wieder. Noch mehr zocken kannst. Noch mehr Inhalt. Manche schicken mir auch ein Foto einfach. Von einem Google Play Code. Zum Aufladen. Deswegen habe ich jetzt diese Google Play Cards hier bei mir dran gepackt. Es gab nur drei verschiedene zur Auswahl. 150 und 25. Aber wie gesagt. Es soll sich keiner gezwungen fühlen. Jetzt hier was in den Einkaufswagen zu packen. Um mir so ein Teil zu schicken. Ihr könnt auch bei euch. Im örtlichen Handel. Wenn ihr einen unterstützen wollt. Hin. Und könntet eine 15 Euro Karte. Eine 5 Euro Karte. Ich weiß nicht was es alles gibt. Und einfach nur kaufen. Und abfotografieren. Und mir ein Foto schicken irgendwo. Das würde auch komplett gehen. Ihr müsst eigentlich nichts hiervon bestellen. Ihr könnt euch davon inspirieren lassen. Und sagen. Ah ich schicke dir mal einen Code zu. Fand ich geil. Fertig. Und. Was ihr wahrscheinlich aber nicht bei euch habt. Was ich aber auch drauf geschrieben habe. Sind Crocs Unisex Klassik Glock. Ihr wisst ich bin bekannt für meine weißen Gummischuhe. Vor allem in weiß. Weil weiß halt edel ist. Und. Gerade auch. Sommer. Frühling. Herbst. Winter. Ich habe eigentlich immer diese Gummischuhe an. Selbst die Wintervideos. Im tiefsten Schnee. Mit kurzer Hose und Gummischuhen. Im Schnee gestanden. So tief. Die halten natürlich nicht ewig. Aber wenn. Meine mal kaputt sind. Und ich noch ein Ersatzpaar habe. Ist das auf jeden Fall sehr cool. Denn die sind wirklich übelst bequem. Die sind sehr schön. Also die haben wirklich eine sehr leichte Laufsohle. Wenn ich jetzt mittlerweile mal andere Schuhe anziehe und rumlaufe. Ich habe nach kurzer Zeit auch Rückenschmerzen. Weil alles so stockig und steif ist. Und man eine ganz andere Haltung hat. Aber die Schuhe. Das ist wie würdest du auf einer Wolke laufen. Und spürst dieses samtweichig wolkige unter deinen Zähnen. Und das finde ich sehr cool. Das ist also auch noch mit drin. Dieses Paar Schuhe. Kann ich euch nochmal groß zeigen hier. Zuletzt habe ich den Artikel am 27. Mai 2020 gekauft. Das ist. Jetzt ist gerade hier der 31. Das ist ein Jahr habe ich die schon. Ein Jahr lang habe ich die schon. Das ist korrekt. Ich habe mir beim Chinamann Schuhe gekauft mal. Für 20 Euro. Die haben ungefähr einen Monat gehalten. Dann waren die komplett durchlöchert. Von unten bis oben. Ja aber habe ich mal raufgepackt hier. Statt 39, 99. Nur 29, 69. Eigentlich ein bisschen teuer. Für so ein bisschen Gummi. Aber die sind halt einfach bequem. Und die Qualität meiner Meinung nach passt auch. So das war meine Wunschliste eigentlich. Eigentlich Google Play Guthaben kann man überall herbekommen. Crocs weiß ich nicht. Gibt es vielleicht in manchen Läden ansonsten halt so. Diese Siraji Soßen gibt es in jedem Handel auch überall. Blackout habe ich noch nie gesehen. Habt ihr schon mal Flying Goose Blackout irgendwo gesehen? Mit einem schwarzen Deckel. Die sieht wirklich krass aus. Diese Snack Insects gibt es wahrscheinlich auch nur hier. Aber Pfefferon gibt es in jedem Supermarkt. In jeder Ecke. Nudeln eigentlich auch. Aber diese speziellen von Samyang gibt es wohl nur im Internet glaube ich. Wo manche sagen der China Laden um die Ecke hätte auch sowas. So was ist das hier? Für echte Chili Liebhaber. Chili Anteil. Naja es gibt ja so viel Flying Goose Sachen und Soßen. Also wenn ihr generell sagt, ich habe da voll die coole Chili Soße entdeckt. Die fand ich richtig toll. Die muss der Ramses unbedingt mal probieren. Könnt ihr mir gerne in einem Fanpaket zukommen lassen. Mit einem kleinen Gruß drin. Ich werde auf jeden Fall immer alles testen was ihr mir schickt. Und alles zeigen. Alles aufmachen. Und immer Video machen über Fanpost. Und jeden Schnulli. Und meistens sind das wirklich einfach tolle Sachen. Das war es eigentlich. Das ist meine Liste. Die müsst ihr jetzt wirklich wenn ihr irgendwo in die Beschreibung geht. Unter den Videos. Hier können wir euch das ja mal zeigen. Ich habe eben das erste Video hochgeladen wo das in der Beschreibung steht. Wenn ihr hier also drauf geht. Auf das Video. Also groß sieht das ja eigentlich dann so aus. Wenn es nicht so extrem hinterher hängen würde. Ihr geht da drauf. Und habt hier die Beschreibung immer. Mehr ansehen. Und hier steht alles Wichtige drin. Die Leute fragen auch immer. Hä wie kann man denn Kanalmitglied werden? Eigentlich ist überall ein Button Mitglied werden. Aber Leute sagen sie haben keinen Button. Gibt es auch einen Link in der Beschreibung. Die Leute fragen. Wo ist dein Trainer Code? Steht hier in der Beschreibung. Hä? Wo finde ich denn den Discord Server? Steht in der Beschreibung. Wie hieß die Telegram Raid Gruppe? Steht in der Beschreibung. Auch wie ihr eine Meltan Wunderbox bekommt. Oder hier mein NAR Battle Turnier. Hier habe ich jetzt den Link auch ausgetauscht. Und habe da auch den Discord Server rein. Also Beschreibungen sind immer gut. Guckt euch das ruhig an. Die Beschreibungen. Das war meine Wunschliste. Ne. Das war Natururins Wunschliste. Das war meine Wunschliste. Und das war es jetzt von meiner Seite aus. Das Glurak hat mich begleitet. Sehr schön. Grüße an TickFight AFK. Weil der die Raid Mania letzten Monat gewonnen hat. Und deswegen jetzt, dass Glurak mich den ganzen Monat verfolgt. Peace out. Schnell den Button suchen. Vorhaut. Euer Ramses.